Es muss weich, ohne weich muss es gespielt werden. Oder weich mit den Nägeln. Ja, nur mit dem Fleisch. Reicht das euch, oder was? Ja, das reicht uns. Das reicht noch, ja. Diese Musik muss aufhören. Du spielst mal nach ihm. Ich möchte darum bitten, dass diese Schallplatte nie mehr als, ich betone niemals, das Licht der Öffentlichkeit erreicht. Dieses nächste Lied ist auch in englischer Sprache erhältlich, dann allerdings mit anderer Melodie und anderen Texten. Der letzte Akkord war schön. Ja. Der Rest war scheiße. Danke, gut. So, das war's. Wir schneiden, meine Damen und Herren. Achtung, wir schneiden. So, ich komm rein, ne? Versucht ein freundliches Gesicht zu machen. Achtung. Das wär ja alles wirklich nicht so schlimm. Ja. 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 Danke, hörst du aufbauen. Ja. Gib mir zwei. Ja. Komm, jetzt zieh mir allen. Ja. Nein, aber da waren schöne Sachen drin schon, in denen davor, bevor wir angefangen haben zu schwatzen. Das ist ja furchtbar, wer hat denn diese Gitarre erfunden eigentlich? Das Instrument an sich. Erstmal das Instrument an sich ist eine Sauerweite, damit geht es schon mal los, ich habe dich im Verdacht. Dann das Zweite ist diese unwürdige Figur. Das ist alles, das führt zu nichts. Ja komm, nimm den Hut. Das kriegen wir nie in die Scherz, ich sehe schwarz, schnell weg. Das nächste Lied wird Sie interessieren, denn es wird sich immerhin in einer Weltauflage veröffentlichen. Es geht im Twist-Takt, Sie werden es nicht sofort sehen, aber wenn Sie den Takt wählen, werden Sie merken, dass es genau in diesem geht. Das ist so seltsam, aber das musst du mir mal bitte zusenden. Ja, aber Marc muss ja auch noch den Sound nachbauen mit dem Buch. Hier muss man das nur in der Badewanne mischen. Dann kriegt man den Sound. Ja, das ist unter Wasser, das musst du unter Wasser mischen. Dann musst du den Christen-Schmörkel von der Gestern, den gebe ich auf eigene Kosten dazu. Das ist mir die Sauerweite. Hier im Computer, nimm den mit. Tauch am Lillen. In die Badewanne klein. Tauch am Lillen, Schmörkel. Okay, machen wir. Ein ganz gutes Gefühl. Das ist geil. Das ist es. Ah, krass es. Ja. So wird ein Schuh draus.